Moin Leute, ich bin's der André Lea und ich möchte heute ein Let's Play von Granny Smith auf dem PC machen. Also das ist die gleiche Methode wie bei SubwaySuffer, dass das per Bluestacks gemacht wurde. Das ist diese App. Ja, nicht App, sondern Programm, sag ich jetzt mal, für den PC. Da kann man dann halt Android und iOS Apps runterladen. Ja, dann starten wir mal das Spiel. Also das macht sehr viel Spaß. Ja, dann suitele ich mal das Spiel. Genau, jetzt starten wir mal das Spiel. Ja, dann starten wir mal das Spiel. Granny Smith. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, 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 oh. Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh 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 So, das war es mit dem Let's Play. Ich habe das Video gemacht. Ich habe das Video gemacht. Ah, jetzt geht es. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir haben das Video gemacht. Und so ein guten Tag. Also ich war gerade auch im Video. Und ja, bis später. Tschüss!